UNTERTITELUNG Machen Sie das gerne? Was? Kinderschänder verteidigen? Ich verteidige nicht die Tat. Man kann nicht verteidigen, dass ein Kind missbraucht wird. Ich verteidige die Menschen. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum es auf der Waffe keine Fingerabdrücke des Mannes gab? Das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Das einzige Beweisstück wurde was? Weggeworfen? Unzulässige Frage. Das müssten Sie schon irgendwie begründen. Ich lasse die Fragen zu. Ich möchte das hier bitte nicht kommentieren. Das ist Kommentar genug. Ich habe keine weiteren Fragen angezeigt. Hallo, Nagis Rashidi hier. Ich spiele die Azra in Ferdinand von Chirachs Glauben. Vielen, vielen Dank für die Nominierung des Blauen Panthers. Wir freuen uns wirklich riesig. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wählt uns, stimmt für uns ab. Das ist online ab heute möglich. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Tausend Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.